Wow! Russell! The Forge just took down the last substation! Oh, let me see! Eli! The Forge just took down the last substation! So Leute, wieder ein Grund sich aufzuregen. Ja, wieder technische Probleme. 2. Quasi dieses Kapitel und das nächste Kapitel fast beendet. Und wieder bemerkt, dass das Sound wieder nicht funktioniert hat. Quasi alles umsonst gewesen. Deswegen, ich versuch das alles zu beschleunigen, um Zeit zu sparen. Wird ein kleiner Speedrun. Ich kenn das meiste schon, ich hab ja alles schon gesehen. Versuch aber natürlich, weil ich ja jetzt schon mittlerweile Weltmeisterin bin, so zu tun, als hätte ich es nicht gespielt. Ich muss natürlich wieder ein bisschen cheaten. Weil wenn man ein neues Spiel macht in dem Kapitel, dann sind die Waffen auf Null gesetzt. Mal gucken, ob ich mit dem Kontingent an Munition klarkomme. Oh Mann, oh boy, oh boy, sag ich da nur. Scheiße. Na gut. Checkt nochmal alles. Sollte passen. Okay, dann wollen wir mal... Oh, das war auf jeden Fall mega spannend. Also... Für euch nochmal... Alles was vorne und ich tu so, als wäre nichts passiert. Los geht's. Polymere werde ich jetzt nicht so... Okay. Uh. Das ist ein Antlion, Russell. Das ist ein Antlion? Ja. Also du kennst, was Antlions sind. Ja, sie sind Leggis. Leggis. Polymer werde ich nicht so oft einsammeln. Weil das ist ja quasi ein Spielstand, den ich sowieso nicht gebrauchen werde. Sobald ich wieder an dem Punkt angelangt bin, wo ich aufgehört habe, lade ich wieder meinen ursprünglichen Spielstand. Genau. Aber viel übrig wird da auch nicht. Aber ich will nicht spoilern. Es wird haarig. Vor allem diese Viecher sind haarig. Oh Mann. Nervt mich das. Oh Mann. Nervt mich das. Etikettmann von Portal. Es wird mega hart, wieder den ganzen Scheiß von vorne zu machen. Na gut. Aus Gewohnheit loote ich trotzdem. Vor allem den habe ich letztes Mal nicht gelootet. die Musik. Die Nase voll ey. Wie gesagt wird ein Speedrun. Guck mal, zeig mal dein Gesicht. Ich bin wütend. Wie immer. Immer bin ich wütend. Vor allem eigentlich sollte ich sparsam sein mit der Munition. Und jetzt, wo ich quasi einen neuen Spielstand gestartet habe, fange ich nicht mit dem... Ich wiederhole mich, ich weiß, sorry. Aber es ärgert mich einfach. Und weil es mich ärgert, wiederhole ich alles. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir sind übrigens in einem Zoo. So, falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Ein sehr interessanter Zoo. Die Location gefällt mir sehr. Wird auf jeden Fall richtig schön spannend. Ohne jetzt groß zu erzählen, was passiert. Das geht nicht. Ähm, dann nehmen wir die hier. Ich hätte mehr gar nichts. Bin vorbereitet für den Shit. Oh Mann, die Munition. Ich hatte so viel Munition. Und ich hatte so viel Munition. Ich hatte so viel Munition. vor allem ich habe ja nicht mal einen Trost ich weiß ich jammer jetzt die ganze Zeit ich habe nicht mal einen Trost, dass wenn ich dann an dem Punkt wieder angelangt bin, wo ich aufgehört habe nein, weil auch da habe ich keine Munition mehr ach, ich sag jetzt gar nichts mehr oh komm dass ich so viel Munition brauche hey, any news on the data pod? your dad's head down, he's working on it he's got to be close great ihr könnt euch ungefähr vorstellen als ich hier das erste Mal hier reingegangen bin, dachte ich, irgendwas passiert da und wurde enttäuscht ähm, wollte ich da lang ... schön, dass ich mich nicht mehr erinnern kann, ob das jetzt der richtige oder der falsche Weg ist ... aber ich glaube schon ... komm, Joseph, geh mal weg da ... keine Zeit ... seh ... ... ... Oh, dass ich immer hängen bleibe. Ja, das ist der richtige Weg. Da gehen wir gleich hin. Oh, hab ich fast vergessen. Ja, da lang. Ja, wie gesagt, wir sind hier in einem Zoo. Hier war eine Boa Constrictor drin. Was war hier drin? Ein Komodowaran. Na, ist der Scheiß. Hier war eine Tarantel drin. Ich weiß, wie das Spiel funktioniert. Und hier war ein Iguano-Iguano. Iguana-Iguana. Und noch ein Iguana. Einen ganzen Loot ist jetzt umso wichtiger. Hier war ich schon mal. Hier hat es mir aber auch gefallen. Äh, okay. Hält mir einfach viel zu viel aus. Ja, da auch schon beschwert. War doch sonst immer drei Schüsse. Dann brauche ich Unmengen von Schüssen. Oh Gott. Ich bin etwa verwirrt. Ja. Ja, ich bin verwirrt. Ich bin durcheinander. Kommt, Jacob. Heute müssen wir einen Speedrun machen. Hm. Komm. Noch mehr. Noch mal anders? Nee, das lass mal. Ich hasse es eigentlich zu speedrunnen. Das geht grad nicht anders. Und da hinten kommen welche. Oh, fuck. Das ist einfach unnütz. Jacob, danke. Noch einen bitte. Komm, gib her. Noch einer. Oh, noch einer. Boom. Oh, der lebt noch. Komm. 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 Okay. So. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles war. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich mir den Kopf abreißen würde. So wie ich der Technik den Kopf abreißen würde. Ach. Ich jammer schon wieder viel zu viel. So ist das nun mal. Dann spielt mir das halt noch mal alles. Wir hören uns nichts an. Na, was ist jetzt los? Hm, ein Bug. So, kurzer Bug gewesen. Das Ding ging nicht. Keine Ahnung warum. Musste diesen Teil nochmal machen. Egal, habt ihr alles gar nicht mitbekommen. On the fly. Das wäre nie was gewesen. Okay, okay, okay. Dann gehen wir zurück. Da durch. Das nehmen wir mal mit. Töte wieder schön in den Fingern weh. Das Ganze halten. Oh nein, das war Arwan. Ich lerne nie draus. Ich bin auch letztes Mal schon. Oh Gott, hat funktioniert. Kein Schaden genommen. Ich kann es nicht. Was ist das? Ja, was ist das, Vater? Es sieht nicht aus, dass sie die Fingern gebaut haben. Es ist wie, dass sie, ich weiß, etwas gefunden haben. Oder vielleicht haben sie es nicht gefunden. Was bedeutet das? Es ist nicht wirklich das, richtig. Sie haben es in einem alten Abenteuerbund in der QC. Aber insofern gehen sie in, um es zu holen, haben sie das ganze Gebäude und haben eine Falt umgelegt. Oh mein Gott. Okay. Sie haben sich überrascht, diese Sache. Ich versuche, zu finden, ob wir es sein sollten. Ja. Oh, fuck. Fuck. Erst denken, dann schießen. Ja, das ist es. Okay. Okay. Nicht du. Das. Von der Seite kam ich. Ja, das ist überflüssig. Aber trotzdem. Erfreut ist mein Lootherz. Ich sag nein zu sammeln. Was waren hier? Hier waren Fische drin. Aquarien. Noch mehr Fische. So ein kleines Fühnchenbeinen. Toll. Toll. Dich sehe ich nachher wieder. Nee, hier brauche ich nicht. Ja. Wie jetzt neuerdings, nehme ich ja jetzt auf 50 Minuten auf maximal. Ich denke mal, das ist eine gute Mitte. Versuche natürlich immer das Beste rauszuholen. Was? Warum lebt er noch? Warum lebt er noch? Warum lebt er noch? Um. Okay. Okay. Super. Komm, komm. Fuck. Oh fuck. 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 Boom. Ah, Mann. Das hätte besser gehen können. Schon ein bisschen... Blöd, aber... Never mind. Bringt nix. So wie er. Achso. Ah, je, oje, oje. Führen wir erst mal den Weg. Oh, die Brille beschlägt schon durch den ganzen Schweiß. Hier muss ich euch leider um die Spannung nehmen. Hier passiert nichts. Hier sind alle. Tot. Ach, warum sammle ich es eigentlich immer noch ein? Ich muss es ja nicht einsammeln. Ah, ich wusste es. Ähm. Ich will keine Granaten benutzen. Und ich will nicht nur das. Mehr ist da nicht drin. Glaubt mir, mehr ist da nicht drin. Deswegen gehen wir gerade weiter. Ah, ich tue es immer wieder. Ich brauche es doch nicht. Ich brauche es doch nicht. So. Wie ihr seht, haben wir hier zwei Minen. Moment, ich muss kurz die Brille putzen. Ja, da geht's. Brille geputzt. Ja, da geht's. Okay, gucken wir mal. Clever machen. Logisch, nicht dumm. Wenn ich das gleich deaktiviere, geht nichts in die Luft. Hm, der wird wohl nicht mehr antworten können. William werde ich zwar nicht gebrauchen, schätze ich. Mal gucken, wenn wir mal. Der hat ja nicht so viel Glück. Hm, hm. Ich verschone dich, William. Ist ja immer noch beschmutzt, die Bgele. So, jetzt. Oh, bei den Temperaturen zu spielen ist echt ein Graus. Oh, fuck. Kommt der? Ja, der kommt. Wo ist er? Da, komm. Und. Bam. Ach. Ekelhaft. Hm, okay. Sonst ist hier nichts. Sonst ist hier nichts. Das ist hier nichts. Was? Ich weiß, ob diese Datenbote auch weiß. Aber sie hat etwas in da. Whoa. Okay. So, wenn es nicht ein Wettbewerb, sind wir immer noch das? Das, was ich sehe, was im da, bleibt das nicht sehr, was das nicht so sehr. So, wir haben das in common. Genau. Also, sind wir noch das? Wir sind so weit gekommen. Ich sage, dass wir das... Und wenn Sie herausfinden, dass es etwas, das wir wirklich nicht messen sollten, dann klicken wir es. Das ist meine Frau. Ich werde Sie wissen, was ich herausfinden werde. Ich hasse es für sowas, Munition ausgeben zu müssen. Oh, ich erinnere mich, das war ein harter Tobak. Da habe ich ein bisschen gehadert. Ein bisschen länger gebraucht als sonst. Ich weiß, wie die vorherige Folge. Übrigens möchte ich gerne wieder einen Helm anziehen. Junge. So. Ähm. Ich habe ein bisschen gebraucht. Aber ich weiß jetzt, wie das geht. Ist eigentlich irgendwie schade, dass dadurch, dass da scheiß immer irgendwelche dummen technischen Probleme meinerseits... Eigentlich hat ja alles gut funktioniert. Das Problem war, dass ich von Nvidia das RTX Voice benutzt habe, um Stärkeräusche zu eliminieren bei der Aufnahme. Aber ich habe... Aber ich habe... Also es macht Sinn beim... Bei der lokalen Aufnahme... Oh fuck. Das macht Sinn bei einem... Nicht bei dem Mikro, sondern bei einem anderen Mikro. Mit einem Standmikro macht das Sinn, das zu benutzen. Weil es einfach viel zu viel Garten, die die Geräusche von einem Rechner aufnimmt. Und die halt störend sind. Aber hier... Hier ist es nicht nötig. Das kann ich gut digital eliminieren. Über Adobe. Und so von daher... Ja und die Einstellung war halt, wie gesagt, in der falschen. Und dann hat es keinen Sound... Ähm... Aufgenommen. Und das war das Problem. Ja. Das ist die Geschichte. Oh fuck. Hm. Eigentlich wollte ich die nicht kaputt machen. Ja gut. Ihr werdet nachher sehen, warum. Das machen wir natürlich auch. Ganz wichtig. Äh... Hätte ich... Schöner geschrieben. Bei YouTube. Abonnieren. Damn Reflexe. Ist auch richtig geschrieben? Es wäre peinlich, wenn ich es falsch geschrieben hätte. Ja. Das waren ja mal Reflexe. Das waren ja mal Reflexe. Ein Tiger. Ei. Joch. Ein Tigerfiguren. Richtig cool. Gleich mal mitnehmen. Hm. 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 Gleich mal kurz was vorbereiten. Hm. 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 Wir ahnen schon. Ich weiß Bescheid. Gary weiß auch Bescheid. Ach übrigens, die Masken. Haben wir ja vorhin schon gesehen. Und auch aufziehen. Aber man sieht nichts. Ja. Das war wieder Verschwendung, ey. Okay. Granaten will ich jetzt nicht verschwenden. Na gut, dann muss ich es doch nutzen. Geht nicht anders. Wird der Witwer sonst auf den Sack gehen? Ja toll. Ja. Sparen können. Ach. Hätte ich mir echt sparen können. Ach. Hätte ich mir echt sparen können. Gebe ich offen zu. Na immerhin eine Granate. Die brauche ich dann. Die stellen wir da hin. Wie viel Zeit haben wir eigentlich? Gut. Genug Zeit. Da ist nichts. Was ist das? Ach so, der ist weit. Ach so, der ist weit. Den fehlen sehr. Den bekommst du. Was ist das? Klack, 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 klack. Das ist gar dazu, gell. Lass ich... Na ja, gucken wir mal. Ja, ich denk schon wieder zu weit voraus. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ah, da der kleine Arsch, der mich schon letztens erschrocken hat. Aber irgendwie habe ich ihn jetzt gerade gar nicht beachtet. So. Ich glaube, ich werde hier stehen lassen. Ich bin der Wettbewerb-Roll-Reporting-Exceptive-Hospital. Nicht mit mir, Jungs. Nicht mit mir. Ich habe einfach keine Zeit für den Scheiß. Ne, William brauchen wir auch nicht. John Witt, John... Ne, oder? Boah, die sind ja über uns. Davon kommt das gelbe Zeug. Bah. Mir hat das gar nicht aufgefallen. Und er war unerwartet, die Ladesequenz. Enthüllungen. Das nächste Kapitel. Im wunderbaren Half-Life-Alex. Erstmal einen Schluck ab. Man schüttelt den Scheiß nicht. Nein, das ist traurig. Der Schluck ist in der Geburt. Good luck, trying to lock out someone who wielding an Alex. Und er ist einer Nummer. Wow, Russell. Borges hat die letzte benne, die Stabstation. Oh, ich sehe. Eli, das Borges hat gerade was auf die Stabstation. Hier ist es aus, Alex. Der kann es nach her. Was ist das? Oh yeah, oh yeah. Und ganz viele Leggings... Legs? Leggies? Leggancy? Ich hab einfach keinen Namen für die. Wir müssen wohl hier runter. Wie viel Zeit haben wir noch? Genug Zeit. Okay, dann wollen wir mal... Es ist Action Time. Schlecht. 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 Oh, fuck it. 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 Okay. Oh, fuck it. 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 Oh, fuck it.